Das war ihr schon immer klar. Geheiratet bin ich nicht, aber mit dem Speisewagen. Mit dem Speisewagen bin ich geheiratet. Und was macht man als Frau Speisewagen den ganzen Tag? Ich habe natürlich viel zu abstauben, das ist ja logisch. Und abstauben habe ich etwa fünf Stunden. Ja, ja, oje, oje. Ja, ja, oje, oje.